Hier sehen Sie Fachzeitschriften, in denen unser Produkt vorgestellt worden ist. Hier sehen Sie unser Leder, Kunstleder und Vinyl Reparaturset. Typische Anwendungsbereiche sind Löcher, Risse und Abschabungen in Leder, Kunstleder und Vinyl. Nun sehen Sie die Anwendung zu unserem Produkt Leder, Kunstleder und Vinyl Reparaturset. Dies ist eine Beschädigung in der Armlede eines Autos. Reinigen Sie nun die Stelle mit herkömmlichem Alkohol oder Brennspiritus. Glätten Sie vorsichtig abstehende Ränder mit einer Rasierklinge oder einem anderen ähnlichen Gegenstand, bis die Beschädigung eben ist. Tragen Sie nun die farblich passende Reparaturmasse eben in die Beschädigung ein. Erwärmen Sie nur den Hintzesansferstift ca. 3-4 Minuten an einem heißen Bügeleisen und lassen ihn über der Beschädigung auf dem passenden Strukturpapier ca. 45 Pfunden lang kreisen. Warten Sie, bis die Reparaturmasse wieder abkühlt ist und entfernen dann vorsichtig das Strukturpapier. Sollten Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, können Sie den Vorgang so oft wiederholen, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017